hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble und heute bin ich auf die jagd nach dem ticket ich habe noch eine stunde und 48 minuten zeit für das spiel raider origin origin ich hab das schon mal gespielt gehabt mal schauen ob es noch meinen spielstand haben ich denke mal nicht weil es ja auch schon ein paar monate her war ich würde mich natürlich freuen wenn es noch da wäre mein spielstand ansonsten müssen wir wieder von vorne anfangen weiter geht's und haben wir noch meinen account ich glaube nicht ich glaube das ist ein anderer account quick start zurück start game noch ist ein anderer account so dann nehmen wir jetzt die diesen charakter und schauen zu wie er hier spielt so wie letztes mal auch fest fertig epic okay okay nächste quest zurück ich finde das leider ein bisschen klein aber wenn ich es drehe ist es auf der seite es war größer aber sieht scheiße aus deswegen wieder zurückdrehen ein bisschen wackeln passiert auch nichts naja dann schauen wir uns mal kurz an was die gemacht mein festblatt ist auch bald wieder voll da muss ich sowieso wieder paar spiele löschen ich glaube das wird wieder eins davon sein was ich löschen werde und mal schauen wann das wieder kommt weil alle spiele die ich irgendwie löschen die kommen kommen so oder so wieder aber ich habe das gefühl dass es ein bisschen mehr ruck geht wie sonst voll bild voll bild sieht man ein bisschen mehr was nicht viel das ist ja auch manchmal komisch mal geht das mit dem voll bild mal nicht naja ist halt so ne also wie gesagt das spiel fand ich damals schon sozusagen eigentlich ganz gut nur ein bisschen langweilig weil du bist da nur dabei und schaust so wieder kämpft du drückst dann halt nur mal mit einem knopf wenn da die maus kommt so da drücken das drücken da drauf drücken nochmal drücken drücken und wieder warten da oben leuchtet mein maut mein maut ok jetzt kommt wieder ein kleiner zwischenboss die nächste quest welches level habe ich schon? 20 ich bin aber schnell das spiel ist ein bisschen ermüdend das spiel ist ein bisschen ermüdend das spiel ist ich bin so das war der auf dem boss es kommt wieder ein richtiger was oder 99 mal gehabt geht aber schnell runter die lebensenergie weil trifft er mich überhaupt naja wie ein reit hier jetzt kommen die flügel dran und nächster zwischenboss hell woke you up Ich würde mal sagen, dann haben wir es gleich geschafft. Wieder ein Zwischenboss. Senior, wie ist der? Oh, ein Geschenk. Und geschafft. Juhu. Ich möchte noch schnell meine Geschenke abholen. Au, au, au. Oder nicht. Au, geht auch nichts. Na, geht so. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ja, dankeschön. Danke für die Geschenke. Dann machen wir die Quest nochmal schnell fertig. Und... Zack. Komplett. Und komplett. Dann nochmal das Pferd auf Level. Ja, ich würde mal sagen, das war's denn. Da renn's ja sowieso immer weiter. Ah, den Zwischenboss machen wir noch. Der Annihilator, oder wie der auch hieß. So. Das war's denn mit dem Spiel. Exit. Und wir holen uns unser Ticket ab. Ticket abgeholt. Abgeholt. Preise. Morgen ist Freitag. Samstag. Sonntag. Sowie. Stündliche Preise. Nix dabei. Wenn ihr nämlich Steam. Oder Google Play. Hm. Mal schauen. Na gut. Rechtlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir nichts dabei seid. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.